In meiner Kindheit oder sagen wir in meiner Adoleszenz oder in meiner beginnenden Adoleszenz war es so, da gab es zwei große geistige Mütter für mich, den Kardinal König und den Dr. Günther Nenning. Diese beiden Persönlichkeiten haben mich wirklich verdrungen und ich spüre noch heute viel, viel Freude, die da abgestreut ist von diesen beiden. Und ich freue mich, Herrn Dr. Günther Nenning als allerersten Gast begrüßt. Sehr gut. Sehr geehrter Herr Doktor, wollen Sie einen Eimiker oder eine Frucht haben? Ein Eierliker, aber eigentlich müsste man als erstes eröffnen den 57. oder was Parteitag der KPÖ. Ich habe mich gerade informieren lassen, da sind die alle gesessen. Ja. Und jetzt sitzen wir da. Jetzt, wer hat in der Welt Geschichte gewonnen? Und welcher uns da? Die KP, der Kommunismus oder der Fettbeer? Reißen Sie mir nicht das Ruder aus der Hand. Nehmen Sie Ihren Eierlich-Shirt. Weil ich habe ja entsetzliche Fragen für Sie. Also, nämlich, aber zuerst stoßen wir mal an. Oh Gott, jetzt ist der Wecker auch ein Köl. Also, jetzt nehme ich, ich habe keine Armbanduhr. Aber der Wecker ist auch viel praktischer. Aber wir sehen da eh, sehen Sie? Ich habe eine, wir können jetzt schauen. Sehen Sie? Wir haben so ungefähr eine Viertelstunde. Und da werden wir Eierlikör trinken in der Viertelstunde. Das wollen wir doch nützen. Prost. Auf den Untergang des Abendlandes. Naja. Wenn wir jetzt den Lebenslauf des Dr. Nenning betrachten, dann stellen wir eine frühe Epoche fest, eine mittlere und eine spätere. Würde jetzt... Ich bin ein junger Aufsteiger, ja. Würde jetzt... Das geht weiter. Das ist nicht dreimal, das ist sechsmal. Ja, gut, aber halt im Groben zu. Ja. Also, übrigens, Sie haben ein Gelee an. Wie bei uns, da haben in der Kuchel der Wand vorhandelt. Ja. Aber exakt ist... Was Sie sagen. Aber exakt ist... Nein, Entschuldigung. Also, nein, Entschuldigung. Das ist ein Haushaltsgubbelin. Genau, genau. Aber auch hat das auch bei Ihnen. Ja, genau, ja. Und dann haben Sie umgeschneidert. Ja, da... Also, irgendwie stimmt was nicht. Na gut, aber nennen Sie nicht nur Ihr Gelee ab. Oh ja, Moment. Da ist nämlich eine Autobahn beim Reh. Ah, ja. Na gut. Sehr geehrter Herr Doktor. Wenn jetzt... Also, nicht im Himmel, weil den wird es ja leider Gottes nicht geben. Aber wenn jetzt der... Was? Den Himmel gibt's nicht? Nein, lassen wir das jetzt aus. Diskutieren wir das schon. Es gibt die Hölle und es gibt den Himmel. Was soll das? Diskutieren wir das später. Also, wenn es der mittlere Nenning dem älteren oder späteren Nenning begegnen würde, würde er mit ihm zufrieden sein? Ich bin mit mir nie zufrieden, denn ich glaube, ich bin viel besser, ich kann viel besser sein, als ich derzeit noch bin. Deswegen meine ich ja, ich bin ein junger Aufsteiger. Ich entwickle mich erst. Ich habe Zitate, also man hat mich mit Zitaten versorgt. Zum Beispiel habe ich da gehört, da haben Sie vom Recht, vom Menschenrecht auf Heimat gesprochen. Ja. Das war im Jänner, im Jänner 93 in Graz. Da haben Sie gesagt, ich bin auch, wie war das? Ich will nicht überrollt und überfremdet werden. Richtig. Und dann haben Sie sogar gesagt, ich bin... Willst du das? Moment. Da sind wir doch daheim, da ist es wunderbar. Wir sind daheim da, wir sind daheim auf der Welt, wir sind daheim in Österreich, wir sind daheim in St. Ulrich, wo ich daheim bin. Überall sind wir daheim. Aber jetzt gibt es ja... Ein unendlicher Mensch hat unendlich viele Heimaten. Ja, aber Sie haben das ja jetzt und hier gesagt... Ja, ich weiß schon, dass ich das nicht sagen darf, Herr Großinquisitor. Ich weiß schon, es ist unkorrekt. Pui, der Nenning redet von Heimat. Herr Doktor. Nieder mit ihm. Herr Doktor, Sie dürfen das ohne weiteres sagen, nur... Danke, danke, sehr liebenswürdig. Es geht nur darum, herauszuarbeiten, wo denn das Herz bleibt für die, die sozusagen in ihrer Heimat sich nicht so wohlfühlen wie wir in unserer Heimat. Aber Sie sind total am falschen Dampfer, ich sagte schon, Heimat ist überall. In Bosnien, in Wien, in Somalia, überall. Und dort sind es auch breit. Mein Herz ist lang weit genug, um das so zu sehen. Und die soll auch dort bleiben und wir bleiben da und in Ruhe ist. Schau, jetzt hör auf mit dem Deppert reden. Am schönsten ist es dort, wo man daheim ist. Und das Elend, das, was der Kapitalismus uns antut, ist, dass er die Somalia nicht anständig in Somalia leben lässt, nicht einmal alle Österreicher anständig in Österreich, die Ausländer nicht anständig leben lässt und viele Inländer auch nicht anständig leben lässt. Ich weiß nicht, gibt es das jetzt auch oder willst du mich immer noch fangen? Herr Doktor, wenn wir also jetzt das auf den Kapitalismus hängen, der auch nicht mein Freund ist, zumindest bis vor kurzem. Das dauert nie. Herr Doktor, wenn wir also das an den, wenn wir also das an den, ein Überläufer, ja, dauergewählte Haar, der Zeiler, der Zeiler braucht nur Rufen und er ist da und vergisst den Antifaschismus, den Antikapitalismus, alles. Und das in diesem Hause da, bitte, ja, wo der Kommunismus daheim war. Ja, aber wir sind ja jetzt... Verräter! Moment, wir wollen da schon genau hinschauen, Herr Doktor. Sie sind doch sehr große Opinionleader, sozusagen meine Mama, die mich, wie ich jung war, begeistert hat für mehr Menschlichkeit, die mir gesagt hat, die Strukturen sind unmenschlich. Richtig. Und jetzt, in der Zeit, wo die Strukturen diktiert werden, wo uns genau gesagt wird, man kann ruhig ein bisschen die Unmenschlichkeit außerhängen lassen, jetzt kommen Sie daher und sagen, Sie wollen nicht überrollt werden. Bitte, Wien hat nur mehr 1,6 Millionen Einwohner. Dem darf man sich nicht fügen. Glaubst du, die Kralle unter dem Ranitzki durch oder unter, nicht einmal unter dem Kasper einem Kralli durch. Ja, aber es geht jetzt um die einzelnen Leute. Viel wichtiger, dass aus dieser Welt was wird. Also Flüchtlinge müssen mit offenen Armen aufgenommen werden. In Wahrheit, wenn man es hinkriegt, dass die Leute das Herz öffnen, haben natürlich viel mehr Leute Platz. Genau. Das Boot ist elastisch. Sehr. Auf der anderen Seite ist es deppert, wenn man nichts tut. Aber wenn Sie einen Satz sagen, wie in Graz, wie in 1913. Jetzt, Herr Rauch, das ist ja langweilig. Was bist denn du? Das sind eigentlich die Aufgaben, die er wahrnimmt, der Standard oder der Falter, die Inquisition. Bist du politisch korrekt? Ja, du bist ja auch nicht korrekt und das ist ein Erfolg, verflickst du einmal. Ja, aber ich mich ärgere davon, dass das Idol meiner Jugend jetzt sagt, warum die Grenzen zuhören. Na, ärgert mich heute, das macht ja nichts. Und darum wollte ich das jetzt erörtern. Das sage ich nicht. Lüge. Sehr geehrter Herr Doktor, wer von uns beiden, ich habe mal einen Reim drauf gemacht, es geht nicht um den Untergang des Abendlandes, sondern ich glaube... Oh ja, es geht darum, das Abendland muss endlich untergehen, weil das Abendland ist ja jenes, was das alles hinmacht. Das Abendland ist der Kapitalismus und so weiter und so fort. Du bist überhaupt kein Link und du verstehst keinen Schmarrn. Oh ja, ich verstehe das alles, aber ich wollte das nur herausglätseln. Ist dir nicht gelungen. Oh ja, ich glaube, es sind uns einige Sachen gelungen. Du hast rausgeglätseln, du übrig geblieben bist. Oh ja, na okay, ich bin ein Masochist, ich bleibe auch gern. Ja, das weiß ich doch. Bitte, deswegen behandle ich dich doch so, weil du ein Masochist bist. Okay, aber gehen wir zum nächsten Punkt. Da war doch dann diese verschiedenen, zum Beispiel der Semmering-Tunnel oder die Bären, da gibt es ja einen Bären an der Brust. Ja, das ist das Scheiße für Bärenrecht. Ja, woher nimmst du jeweils, zum Beispiel ich und du, wir haben beide auch dieses unterschrieben, den Aufruf zur Totalverweigerung, keine militärischen Gesetze zu befolgen. Wir haben vieles gemeinsam, dass du mich nicht missverstehst. Ja, ja, verstehe ich nicht. Du verstehst mich nicht. Nein, ich wollte, dass jetzt das Idol reinigen. Das Idol, das Idol war einmal der Reiniger, ja, ja. Das gibt's aber nicht mehr. Ja, genau. Ich will ja gar nicht rein sein, bitte. Ich wasch mich relativ selten und fühl mich sehr wohl dabei. Ja. Ich hoffe nicht. Also ich glaube, doch wie die. Nützen wir die letzte Minute dafür, weil Dienstag 23 Uhr wäre ja immer schönste Club-2-Zeit gewesen. Ja. Nützen wir doch diese letzte Minute zu einer Trauerminute. Wieso denn bitte um Entschuldigung? Das Leben lebt ununterbrochen weiter. Ich hab gemacht, diesen Club-2, was weiß ich auch, selbst nur in Jahrzehnten zu berechnen. Hätten Sie mich dort nicht ausgeschmissen, ich saß doch dort und jetzt sag, mit 90, ich eröffne den Club-2 oder so. Das ist doch Unsinn. Was neu ist, ist besser. Du bist mein Nachfolger, ich ernenne dich mit Ritter Schlag. Keine Trauerminute. Ungefähr. Eine Minute der Freude. Du bist meine Mama und wirst es bleiben. Ja, aber wir wollen aufpassen auf unsere Mamas. Nein, ich will nicht aufpassen. Aber ich pass auf meine Mama auf. Das ist falsch. Du sollst nicht aufpassen, du sollst lebhaft sein. Du sollst gemein. Du bin eh lebhaft. Du sollst gemein sein. Du sollst dich nicht fügen. Bin eh nicht. Nein, du bist in der Gefahr, dass du dich zu früh fügst. Nur wegen die 50.000 Schilling, bitte. Für 500.000. Für 500.000. Oder für 5 Millionen. Tät' ich mich auch vielleicht fügen. Aber für 50.000 nicht. Okay. Dafür musst du wild bleiben. Gut. Fettberg bleibe, Fettberg. Forever. Forever. Wir haben noch ein Foto. Ja. Unser Robin wird mich fotografieren. Uns fotografieren. Gut. So. Danke. Na ja, also haben wir jetzt kommt. Ich danke dir. Ich bedanke mich auch. Kann ich das sehen, oder was? Darf ich dich noch um ein Dosenschießen bitten? Nein, ich bin ein Pazifist. Ich bin gegen das Bundesheer. Ich schieße nicht. Nicht einmal auf leere Dosen. Nein. Außerdem schieße ich deswegen nicht, weil ich daneben schieße. Und jetzt war ich so gut. Und jetzt soll ich da daneben schießen. Da ist die ganze Wirkung wieder weg. Du bist ja wirklich pur. Ja, sag ich doch. Sag ich doch. Ich danke dir. Das soll ich mit so einem Augenland machen.